Dem Präsidium also der Vorsitzführung kommt zu tun. ... des Bundeskanzlers und des Vizekanzlers gemäß § 19 Absatz 2 der Geschäftsordnung des Nationalrates betreffend Vorstellung der neuen Regierungsmitglieder. Im Anschluss an diese Erklärung wird im Sinne des § 81 der Geschäftsordnung entsprechend dem vorliegenden Verlangen von fünf Abgeordneten eine Debatte stattfinden. Ich erteile dem Herrn Bundeskanzler das Wort.